Oh Mann, was machen die Pikmin denn da schon wieder? Hey, der Hauptantrieb ist zwar wichtig, aber da sind doch super viele Gegner. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, damit das noch hinhaut. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pikmin 3 Deluxe hier auf Katze. Nur Flügel-Pikmin können Bambuszäune heben, also halten sie sie fern von Gefahren. Wie? Ich setze sie ständig Gefahren aus? Ich verstehe da jetzt den Zusammenhang nicht. Tag 3. Ich bin immer wieder überrascht über die schiere Zahl und Vielfalt an einheimischen Kreaturen. Wenn wir an die Teile des Schiffs kommen wollen, müssen wir uns wohl oder übel mit ihnen auseinandersetzen. Ich muss mir etwas einfallen lassen, wie ich diese Teile in unser Lager bringe. Am besten sollte ich wohl zuerst mal einen Weg für den Transport freimachen. Tag 3. Land, Wasser, Luft. Besiegen sie die Kreaturen. Mit nach Hause bringen müssen sie sie aber nicht. Okay. Ein neuer Tag beginnt für Louis und Käpt'n Olimar. Wir haben 12 Minuten Zeit und wir müssen wieder Kreaturen besiegen. Ziemlich starke sogar. Okay. Wenn das so weiterläuft, dann ist es ja eigentlich kein Problem. Okay. Achtung. Nein, nein. Kommt zurück. Meine Liebchen, kommt der Hinweis, wenn euch Pikmin 3 gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, damit ihr auch in Zukunft keine Abenteuer mehr hier verpasst. Denn es geht noch spannend weiter. Ui, 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 uiniz, ui, 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 Versteckt im letzten, ja, im letzten Bereich so reingequetscht. Da sind wir zumindest gelandet mit unserer Odyssee, wollte ich schon fast sagen. Mit unserem, ja, mit den Pigment-Zwiebeln. So. Hier gibt es Energie. Einer könnte wenigstens mal anfangen, hier die Brücke zu bauen. Wenigstens einer. Oder vielleicht zwei. So. Du bleibst mal da. Du kannst mal gucken. Ja, alle sind da hinten. Also schade, dass man aus den vorherigen Missionen nicht die Pigment sammeln kann. Denn so muss ich ja immer wieder neu gucken und neu sammeln, neu pflücken. Und kann ich mit dem Bestand, den ich mir aufgebaut habe, mich um andere Dinge kümmern. Wie zum Beispiel um den Brückenbau. Ihr seht es ja. Wenn nur zwei Pigment an einer Brücke arbeiten, dann dauert das richtig lange. Wenn ich dagegen 10, 15, 20 Pigment sofort losschicke. Hey. Da ist die Brücke im Nullkomma nicht schon fertig gebaut. Aber ja. Gerade am Anfang hat man keine Pigment, muss man warten. Punkt aus Ende. Aber eigentlich sollte ich einen von euch schon mal losschicken, glaube ich. Also entweder Louis oder Olimar. So. Ich habe gerade im Wasser nämlich Wasser-Pigment. Oder blaue Pigment entdeckt. Und die könnte man sich durchaus mal nehmen bei schlacken. So. Jetzt haben wir mehr Energie. Jetzt können wir auch schneller arbeiten. Na, komm. Einer noch. So. Ja, perfekt. Gut. Alle sind bereit. Dann mal volle Kanne los. Da. Sieben Splitter gibt es noch. Aber ja. Jetzt seht ihr auch. Jetzt geht es natürlich im Nullkomma nichts voran. So. Nicht alle müssen da hoch, ja. Ein paar können auch gleich mal da rüber. Da sind noch mehr. Noch mehr Splitter. Ja, ja. Macht ruhig weiter. Die, die was in der Hand haben, sollen ruhig weitermachen. Nur keine Müdigkeit vorschützen. So. Okay. Gut. Raus aus der Büchse, Freunde. Wir laufen weiter. Mehr gibt es hier jetzt, glaube ich, nicht. Louis, keine Sorge. Wir können unser Abenteuer jetzt fortsetzen. Wir haben nur 13 Pigment? So wenig? Eieiei. Und hier gibt es noch mehr. Oh, nö. Aber vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, dass wieder ein Gegner kommt. Weil dann können wir wieder Pigment produzieren. Ja, der ist auch nicht so stark. Okay, gut. Äh, wie viele brauchen wir denn? 4, 5, 5 brauchen wir. So. Hier können wir abtransportieren. Die anderen... Ja, mach das mal hier auf. Alle, die noch keine Energie haben, holen sich Energie. Äh, da sind noch Wassergegner. Was machen wir denn damit eigentlich? Okay. Ich würde sagen, erstmal Wand einreißen. Louis, geh du mal zurück zur Basis und hol die anderen Pigment. Mit Olema kann ich ja sowieso gerade nichts tun. Oh, da war ja noch einer. Raus kommen. Warum geht ihr denn alle da rein? So, mit dem kann ich mich da gleich hinstellen, damit er auch gleich anfängt zu pflücken. Ja, ihr seid so wenig. Oh, Mann. Das Spiel macht es mir richtig schwer. Na gut. Aber ich akzeptiere das, dass es so ist. Und statt mich zu ärgern, werde ich einfach das Beste aus der Situation machen. Das ist das Klügste, was man machen kann. Statt aufzugeben oder sich zu ärgern, nein, nicht aufgeben, sondern das Beste aus der Situation machen. So, ihr seid gleich durch. Dann können wir uns um die schleimigen Feuerschnecken kümmern. Die sind ja auch noch im Weg. Und ich sehe schon da hinten eine Wand, die ich nur mit Flügel-Pigment erreichen kann. Okay. Ah, angekommen. Ich komme gleich, Louis. Kein Moment noch. Warum bewegst du dich denn im Wasser? Komm mal raus hier, mein Freund. So. Sehr gut. Sollen wir die eigentlich auch noch abtransportieren? Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber ihr geht bitte nicht ins Wasser. Ja, dann macht das halt zu viert. Gut. Soweit, so gut. Ihr wartet mal kurz. Die bitte auch. Der eine wollte noch mitkommen. Nein, alle sollen warten. Louis muss irgendwie parallel arbeiten, sonst kommen wir nicht gut voran. Ein Parallelarbeiten bedeutet, dass ich mir die Wasser-Pigment hole. Hallo, hallo, hallo. So. Da seid ihr auch schon. Ähm. Du machst Wasser oder machst du Feuer? Ja. Du machst Wasser. Okay. Gut. Dann können wir uns um diese Gegner auch noch kümmern. So. Die sind gar nicht schwer. Die machen nichts. Können nur Wasser spucken. Dadurch, dass meine... Was... in der Zwischenzeit macht. Der macht relativ wenig. Wir können jetzt aber die Brücke anfangen zu bauen. Gut. Dann machen wir das doch mal. Die Brückenelemente, die stehen hier. So. Ihr macht da mal weiter. Was mit euch beiden hier? So. Louis auch durch, wie es scheint. Ja. Transportiert das ruhig ab. Wir brauchen noch ein paar blaue Pikmin. Ist also gar nicht mal so schlecht, dass ihr hier arbeitet und was transportiert. So. Ist denn hinten in meiner Basis noch... Oh ja. Da ist eine große Versammlung. Ah. Und verhältnismäßig viele Pikmin. Gut. Nochmal einteilen. Du pflückst. Ich such weiter. So. Da. Das können wir auf jeden Fall mal aufmachen. Mal hier durchlaufen mit allen Pikmin. Ja. Sehr gut. Und ausschwärmen, Freunde. Zurück in die Zwiebel. So. Ihr kommt mit. Euch brauche ich noch. Und dann geht's voran. Dann geht's zurück. Dann geht's zurück. Dupidei, 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 dupidei. So. Hey, herkommen, Freunde. Gut. Das war die Wand mit den Feen. Also mit den Flügel-Pikmin. Gibt es im Wasser vielleicht noch Brückenelemente? Ich glaube, wir haben jetzt alle durch. Ich müsste mal auf Entdeckungstour gehen. Ähm. Ne. Irgendwie sehe ich gar nichts. Gibt es keine Brückenelemente mehr? Es gibt aber noch Flügel-Pikmin. Da sehe ich noch einige. Und da unsere Aufgabe ist, Gegner zu besiegen, sollten wir das auf jeden Fall auch fokussieren. Allein hier wegen den Fischen schon. Ja, die geben jetzt nicht so viele Punkte. Aber jeder Gegner zählt, wie man so schön sagt. Auch hier wieder volle Kraft voraus, Freunde. Alle drauf. Ja, schaut mal. Sehr gut gemacht. Hier haben wir noch eine komische Qualle. Das ist ein Elektro-Aal, oder? Das ist ein Aal? Oh, nee. Nee. Ih, ein Tintenfisch. Pfui. Oh, da hat irgendeiner noch Probleme. Hey, herkommen. Alles gut. Macht euch da mal keine Sorgen. Noch haben wir die Mission nicht geschafft. Ich glaube nicht, dass wir in den vier Minuten noch alle 14 Gegner besiegen, aber so einiges will ich schon noch reißen. Bin ich ganz ehrlich zu euch. So, komm, komm, komm. Der schüttelt immer alle ab. Der ist gar nicht mal so schlecht, der Gegner hier. So, hey, hey, hey. Stopp, stopp, stopp. Boah, jetzt schieß den doch nicht in den Boden, mein Freund. Ich kann einfach nicht alles so hochwerfen. Oh, nee. Gibt es da zwei von denen? Na, toll. Sind mir gerade noch gefehlt. So, einer ist unten. Der wird auch erst besiegt. So, hier ist noch einer. Ja, macht den platt, macht den platt. Ihr schafft das, Freunde. Oh, schade. Hey, hey, nichts abtransportieren. Ich brauche jetzt jeden Freund hier. Oh, das sind Flügel-Pigmen. Die Flügel-Pigmen sind eigentlich praktischer. Die sind praktischer in dem Sinne, dass sie die fliegenden Gegner besser attackieren können. Vor allem sind diese Fluggegner gar nicht so stark. Die machen ja eigentlich nichts, außer dass sie meine Pigmen wieder in die Erde rammen. Also alles andere als gefährlich. So, da ist noch ein Wassergegner. So, ich würde aber gerne noch den kurz besiegen. Ja, mit Flügel-Pigmen ist das überhaupt kein Problem. Okay, alle mal zurück, alle mal zurück. Und dann machen wir den hier platt. So, alle mal drauf, alle mal drauf. Sehr gut. Die Bronze-Medaille ist auch nicht mehr weit entfernt. Die sollten wir eigentlich noch schaffen. Kommen wir da durch? Das ist bestimmt zu wenig, oder? Oh, wir brauchen zehn Flügel-Pigmen. Oh, ich habe nur fünf. Oh, na gut. Überall Wände. Hä? Ich muss auf jeden Fall ins Wasser. Ich muss auf jeden Fall ins Wasser. Flügel-Pigmen habe ich sonst keine. Ich muss mit Captain Louis noch ein paar finden. Oh, da hinten sind welche. Aber dazu müsste man erstmal die Brücke fertig bauen. Tja. Teppichtörtchen. Echt schwierige Situation an dieser Stelle. Da muss uns Louis auf jeden Fall unter die Arme greifen. Sonst wird es hier gar nichts mehr. Louis, komm mal mit. Komm mal, Freund. Mein lieber, lieber, guter Freund. Vielleicht kannst du uns nochmal unterstützen. Vielleicht kennst du ein paar Tricks, die du uns verraten kannst. So, so ähnlich. So. Okay, Doki. Was haben wir da hinten so schönes? Ein Fischchen. Hallo, Fisch. So, besiegt. Oh ja, neun Gegner. Das schaffe ich leider nicht mehr. Ich hätte das irgendwie anders machen müssen. Jetzt haben wir acht Flügel-Pigmen. Immer noch zu wenig. Das gibt es nicht. Aber es gibt im Wasser noch Gegner. Ja, die muss ich mir auf jeden Fall schnappen. Aber auf jeden Fall. Da, 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 da. Oh, hier sind die Brückenelemente. Warum finde ich die erst jetzt? Wurden die auf der Karte gezeigt? Ich habe das irgendwie gar nicht gesehen. Oh Mann, ey. Und jetzt haben wir noch so zwei Dintenfisch-Gegner hier vor uns. Komm, komm, komm. Hey, nicht fressen lassen. Nicht fressen lassen, Leute. Sehr gut. Und jetzt alle mal helfen. Zumindest die blauen. Habe ich nur 19? Hätte ich 20, wäre das perfekt. Wobei, doch, doch, ich habe 20. Hier, einer. Einer lief da noch rum. So, geh doch mal hier schleppen. Sehr gut. Dann kann ich jetzt gleich mit Käpt'n Uli mal über die Brücke laufen. Und dann bedeutet das, dass ich noch den einen oder anderen Gegner besiegen kann. Bronze müsste ich jetzt schon erreicht haben. Sehe ich jetzt oben in der Leiste nicht mehr. Wurde aber vorhin angezeigt. Das heißt, ich müsste jetzt schon drüber sein. Gut. Achtung. Drücke wird gebaut. Und jetzt. Achtung. Jetzt machen wir die noch platt. Ja, Silber, Silber. Silber könnte ich mir noch schnappen. Okay, alle mal herkommen. Ja, aber schaut mal. Wir haben nur noch vier Gegner vor uns. Das heißt, so schlecht waren wir gar nicht. Natürlich. Besser geht es auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf das. Ja, natürlich. Komm, komm, komm. Weiter Gas geben. Weiter Gas geben. Und nochmal. Volle Kraft voraus. Oh, nicht pflücken. Oh, Olimar. Was machst du denn? Statt zu attackieren, pflügt er erstmal. Oh, kriege ich noch Silber hin? Nee, oder? Oh, Silber wäre noch cool. Silber wäre richtig cool. Aber ich sehe hier keinen Gegner auf Anhieb. Nee, fünf Sekunden schaffe ich nicht mehr. Das müsste ein kleiner Fisch sein, den ich noch besiege. Egal. Am Ende des Tages ist zwar die Zeit abgelaufen, aber ich habe super viel besiegt. Oh, es gab noch diesen großen Gegner rechts unten. Den habe ich gar nicht gesehen. Und fliegende Käfer habe ich noch vergessen. Einen großen und zwei fliegende. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Sie sind ein Taktik-Genie. Äh, danke schön. Wir haben das Schiff gefunden. Nun, zumindest einen Teil von ihm. Das Schiff hat augenscheinlich schwere Schäden erlitten. Und einzelne Teile wurden überall verstreut. Das wirkt alles sehr vertraut. Aber jetzt ist nicht die Zeit für nostalgische Anwandlungen. Wir müssen die Teile bergen, bevor die einheimischen Kreaturen sonst was mit ihnen anstellen. Käpt'n Olimar. Okay. Wieder was gelernt. Sichern Sie zuerst einen Transportweg, bevor Sie sich das Teil vornehmen. Und denken Sie an Brücken. Ich will auf dem kostbaren Eigentum von Hokotate Freight keine Bissspuren sehen. Dann machen Sie sich mal keine Sorgen. Tag 4. Wir haben die wichtigste Komponente des Schiffs gefunden. Den Hauptantrieb. Er war den Elementen ausgesetzt und ist daher etwas verschmuddelt. Aber er sollte noch einen seinen Dienst tun. Bleibt nur die Frage, wie wir ihn ins Lager schaffen, ohne dass die einheimischen Kreaturen ihn beschädigen. Gute Frage. Erstes Teil gefunden. Zeitlimit 12 Minuten. Besegen Sie die Kreaturen, die Ihnen im Weg sind. Und bringen Sie die Teile sicher ans Ziel. Fertig. Los. Dieses Teil muss zurück zur Kapsel. Ansonsten geht es nicht wieder nach Hause. Stimmt, Olimar. Deswegen geht es jetzt hier in der Eisöde der Verwirrung weiter. Mit unserem Käpt'n Louis und Käpt'n Olimar. Wobei, Louis ist ja nicht der Käpt'n. Der ist einfach nur der Astronaut. So, grab du mal. Oder graben. Quatsch. Du kannst ja mal anfangen hier zu pflücken. Ja komm, die anderen hätten Sie auch noch pflücken können, mein Freund. So, einfach mal helfen, okay? So. Wer hat denn die denn so in eine Reihe geworfen? Egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen ersten Grundstamm an wichtigen Pikmin und dürfen jetzt weitermachen. So, unsere Aufgabe ist es diesmal keine Gegend zu besägen oder Früchte zu sammeln oder sonst was. Sondern wir müssen das erste Bauteil zurückbringen. Und das seht ihr schon. Das ist da bei der gelben Zwiedel. Dieses Teil muss jetzt zum Ziel, an das Ziel gebracht werden. Zum Ziel und Endpunkt. Doch, unterwegs lauern Gefahr. Natürlich, man sieht es schon. Zum Beispiel diese lustigen Frösche. Daher einfach mal losschicken. Oh nein, nicht zerquetschen, bitte. So, so. Achtung, Achtung. Ich will nicht, dass wir den zweiten Frosch irgendwie noch aktivieren. Oh nee, Louis. Guck mal. Pass doch mal auf. Lass dich doch nicht so zerquetschen. So, ich will den auf jeden Fall... Achtung, platt machen. Sehr gut. Alle volle Kanne drauf. Dann kann er nicht hochspringen. Dann kann er nicht hochspringen. Achtung, nein. Habe ich jemanden verloren? Ich glaube nicht. So, jetzt nochmal ein bisschen fokussierter angehen. So, wenn er runterkommt. Achtung, jetzt. Zack, 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 zack. Sehr schön. Okay, gut. Aufteilen, aufteilen, aufteilen. Die blauen können gleich was erledigen. Erstmal die gelben hier losschicken. So. Hier im Wasser geht es auch noch weiter. Hier haben wir Pilze. Sucht ihr mal einen Weg, bitte. Und ihr könnt hier helfen, damit es hier ein bisschen schneller vorangeht mit der Elektrowand. Okay. Der Weg ist frei. Oh, Fisch. Egal. Oh nee, Feuergegner. Äh, oh. Da sind Feuer, oder sagen wir mal, feuerresistente Pigmen. So rum wird ein Schuh draus. Die blauen kümmern sich um den Gegner. Sehr gut gemacht. Kommen wir alle mit. Dann können wir von der Seite hier die Wand mal ansteuern. So, gut. Okay. Es geht voran, zwar in kleinen Schritten, aber immerhin. Oh nee, jetzt nicht die schon wieder, ey. Die nerven auch extrem. Vor allem, wenn die anfangen, meine Pigmen zu essen. So, Achtung. Oh, nein! Hat er sich einen geschnappt? Okay, macht ihr mal. Ich pflück die Roten. Nicht aufgeben, okay? Ran an den Speck, Freunde. Sehr gut. Hey, die sind gut. Die sind wirklich gut. Ich bin super stolz auf die. So, jetzt sehe ich hier 30 Teile. Wie viele Pigmen habe ich denn? 10 rote zumindest. Und auch 10 gelbe. Okay. 20 Pigmen ist auch nicht schlecht. Holte ich mal Energie. Ich hole mir auch Energie. Gut. Alle mal mitkommen, Freunde. Hier gibt es die lustige Vase. So. Macht ihr mal weiter. Ich gucke gleich mal, was Olimar macht. Ah ja, stimmt. Wir waren ja hier bei der Wand. So, jetzt haben wir hier Feuergegner. Die schicke ich mal los. Die kriegen das auch alleine hin. Die sind nicht stark, die Gegner. So, ja. Das interessiert uns gar nicht hier, der Angreif. Jetzt können die Blauen auch attackieren. Oh, oh, oh. Die Blauen können theoretisch auch angreifen, wenn keine Feuerattacke eingesetzt wird. Das muss man nutzen, weil... Genau, dann gehen sie viel schneller platt. Gut. Oben ist ein Wassergegner. Wir bauen mal weiter die Brücke auf. Und... Oh. Seid ihr schon fertig? Ah ja, die letzten Brückenelemente werden transportiert. Cool. Aber ich muss hier nochmal warten, auf die anderen Pikmin, die jetzt nochmal zurückkommen. Genau, alle mal hierher, Freunde. So. Mehr sollten nicht kommen. Dann kann ich jetzt gleich zur Brücke. Ich muss mir aber noch das Teil holen, das Astronautenteil. Das müssen wir nicht sofort, aber nach und nach doch abtransportieren. Damit ich das wenigstens Stück für Stück mitschleppen kann. Vor allem wissen auch die Pikmin genau, wo wir hin müssen. So. Also gut. In der Zwischenzeit scha... Oh nein. Schon wieder solche komischen Gegner. Na gut. Komm, 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 komm. Ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. Komm, den einen retten wir noch. Den einen retten wir noch. Ja, okay. Einen haben wir leider verloren. Tut mir leid, Pikmin. Das war keine Absicht. So, jetzt. Gleich, gleich Gas geben. Gleich Gas geben, Freunde. Okay. Achtung, Achtung. Einmal zurück. Und hier gleich. Volle Pulle. Sehr gut. Ich finde das immer so cool, wenn irgendwas richtig glatt läuft. So, ihr geht mal Brücke bauen. Ich zieh mal. So. Und ich muss das Teil jetzt so langsam mal abtransportieren. Hab ich genug Pikmin? Ja, hab ich. Sehr gut. Zum Glück. So. Alle mal mitkommen. Die Gegner brauchen wir nicht. Wir müssen alles zur Kapsel bringen. Die Brücke ist fertig. Umso besser. Ich hoffe, die laufen hinterher. Die müssen eigentlich diesen Weg hier laufen. Okay. Und ich sehe schon, was die nächste Aufgabe sein wird. Wände kaputt machen. Wände einreißen. Ulima. Ulima kann eigentlich hier mit seinen Pikmin auch mal kurz Unterstützung leisten. Und ich gucke mal ganz kurz, ob die... Ja, die kommen voran. Okay, gut. Die sind auf dem Weg mit dem wichtigen Bauelement. Und... So. Ihr reißt mal schön weiter ein. So. Perfekt. Gut. Dann geht es jetzt hier weiter. Und zwar erst einmal bei dir, mein Freund. So. Wo laufen denn die anderen hin? Hallo, da ist es gefährlich. Was war das denn für eine Aktion? Eieieiei. Zum Glück bin ich nochmal zurückgelaufen. Das hätte ich dir jetzt verloren. Unter Umständen. So. Und jetzt schön auf den Frosch. Haltet ihn am Boden. Haltet ihn am Boden. Der darf nicht springen. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Alle mal zurück. Und jetzt kümmern wir uns gleich um den nächsten Frosch. Der steht schon da bereit. Ja, wenn die Roten auf dem Frosch sitzen, geht das rupzup. Die sind so stark. Klasse. Klasse gemacht. Okay. Wand einreißen. Nächster Step. Nächster Punkt für uns. So. Da oben. Geh du mal zurück. Ah ja. Wir müssen die noch hier rausziehen. Okay. Die sind auch gleich durch, wenn Olimar da ist. Und dann haben wir da diesen Elektrogegner. Den müssen wir auf jeden Fall besiegen. Sonst können wir dieses Teil nicht weiter transportieren. Kriegt er das hin? Kriegt er das alleine hin? Theoretisch schon. Praktisch, aber nicht so ganz. Kann aber nichts werfen. Der war noch voller Elektro. Zwei verloren. Tut mir leid, Pikmin. Und eine Elektrowand mit zwei. Mit mehreren Gegnern. Vor allem die kleinen. Die sind nervig. Die sind richtig nervig, die kleinen Gegner. Das sind noch mehr von denen. Achtung, aber nichts abtransportieren hier. Was macht den? Egal, den einen habe ich jetzt. Ja, nicht verloren, aber der ist jetzt weggegangen. Also, was soll's. So, Achtung, hier ist nochmal ein Gegner. Mach dem bitte Platz. Gut. Käfertechnisch müssten wir jetzt alle besiegt haben. Okay. Dann. Geht es da noch weiter? Ist da was Wichtiges? Da werden zumindest nochmal Pikmin zu holen. Vielleicht könnte sich das lohnen. So, holt euch Energie, Freunde. Leckeren Saft. Und hier haben wir einen Wassergegner. Ich will's aber gleich trotzdem mal versuchen. Mit starken, roten Pikmin sollte das eigentlich kein Problem sein. So, alle mal. Aber was macht ihr denn? Oh ja. Oh. Das ging so schnell. Das ging so, so schnell. So. Oh, die Wand ist eingerissen. Und da ist auch schon das Ziel. Wir müssen also nur noch das Element zurückbringen. Und dann haben wir's gemeistert. Das Element, das Element. Oh. Oh nein. Ich hab ein paar Pikmin verloren. Die hol ich mir noch zurück, sozusagen. Ich hab das Ziel erreicht. Ja, okay. Das ist schön. Dann kannst du dich jetzt wieder um dieses Ding da kümmern. Und wir können jetzt... Nein, du nicht. Wir können jetzt zur Kapsel. Zu diesem Ding. Da, wo dieses Raumschiffteil jetzt hintransportiert werden muss. So. Und da vorne ist er schon. Sehr cool. Lustig ist auch, dass wir diese Raumschiffteile nie gefunden haben. Als wir mit Charlie, Brittany und Elf hier waren, oder? Also, ich hab da nie was in diese Richtung gesehen. So. Hier ist das Ziel. Bitte einmal rein damit. Das gute Stück. Und wir haben's geschafft. Mission erfolgreich. Und werden über zwei Minuten noch über. Klasse. Hauptantrieb. Oh, das war der Hauptantrieb. Ja, der ist natürlich wichtig. Sonst kommen wir gar nicht weiter. Unglaublich. Nehmen Sie Ihren Titel als Strategie-Genie zusammen mit einem Lied an, das ich zu diesem Anlass geschrieben habe. Ich brauch kein Lied. Aber danke. So. Weiter geht's. Wir haben eines der Teile gefunden. Aber es wird nicht einfacher werden. Louis und ich überlegen uns aufzuteilen, um das nächste Gebiet zu durchqueren. Ich bin etwas besorgt, dass er sich auf eigene Faust aufmacht. Vielleicht gibt es einen Weg, auch auf die Entfernung ein Auge auf ihn zu haben. Mir wird schon etwas einfallen. Muss es ja schließlich. Käpt'n Olimar. Hm. Das ist wohl wahr. Louis und Olimar sollten sich auf jeden Fall zukünftig aufteilen. Besser. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da einfach drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzen-Symbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil unserer großartigen Katzen-Community. Na dann, bleibt katztastisch!